hallo und herzlich willkommen hier bei keruska gaming zu slay rangers ja und wir hatten hier steil in der letzten folge eingesammelt und quaderbeeren und was musst du gut da kann man hier wieder ein paar plorts sammeln so dafür habe ich jetzt keinen platz so dann gemüse einsammeln dann wieder in die fütterungsmaschinen hier rein dann kann ich hier einsammeln einsammeln wie kommst du hier raus wie kommt das huhn hier raus 14 sind es auch nur noch die preise sind zurzeit komplett im keller hier selbst dieser gold plot der normalerweise habe ich schon mal gesehen dass auf 500 hofer naja naja ja hier kommt eine fütterungsmaschine dran 500 ich bin nächstes mal auffüllen immer hier bei den hühnern und ein paar steinhühner und da ist wieder was drin ja ja wenn ich wundert warum hier so wenig drin sind dann guckte die letzte folge da ist mir irgendwo ein maler passiert ja ne hier gibt es keine neuen hier aber ja die preise so sehr schön fruchtbar boden mehr mehr feldfrüchte ach mehr feldfrüchte muss ich das irgendwie anders wieder weg machen das jetzt gerade die preise so im keller sind da muss ich mehr produzieren da muss ich mehr produzieren das bestimmt ein guter marketing gut marketing strategie wenn ich pro stück weniger bekommen muss ich einfach mehr machen mit die preise noch weiter im ne na ja pid hier konnte ich nichts mehr verbessern ne vielleicht später ich kann ja inzwischen auch den tankboost 2 mir holen aber als erstes fühle ich doch gerne die sprinter stiefel ich laufe ja doch dann schon ganz schön viel davon muss ich heute nacht noch mehr holen und phosphor slimes wie gesagt die sind mir irgendwie abhanden gekommen keine ahnung wie die herzruppe will ich auch noch anpflanzen aber ich bin mir nicht sicher dass ich die auch in der grotte anpflanzen kann man mal was wir haben über hier viktor ja zwölf stück davon ist klar habe ich selbst nicht genug von aber er will zwar stück von denen haben düsenantrieb weniger die verbraucht aber doppelt so viel okay ich mag schon mal kann hier eine ganze menge kaufen so du 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 gull Aua. 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 Okay. Gefahr? Vorbei? Nein, immer noch nicht. Na komm, komm schon zu mir. Aua. 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 Hier oben noch ein Huhn? Ja, war es hier. Ist auch noch ein Huhn. Da konnte ich auch noch rauf. Hier ist noch eine Kiste. Die nehme ich mal mit. Leg die hier hin, dann kriegst du Huhn. Steine will Max am liebsten. Gockel. Immer noch nicht. Was? Hm. Wow. Wow. Ja, der hat auch... Alle weg hier. Nein, noch nicht. Alle weg hier. Nein, noch nicht. Oh, was? Oh. Oh, das ist ja. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, Mensch. Ach, Steinküken? Hatte ich doch gar nicht. Ah, okay. Hm, hm, hm. Oh. Entschuldigung. So, ich will den jetzt mal endlich hier. Gibt's hier hinten noch? Gefähr. Aua, shit. Ja, vielleicht doch gefährlich. Tü-tlü, tü-tü-tü-tü. Okay. Hm. Hier gibt's keine. Hm. Oh, oh. Oh, oh, oh. Neun Hühner. Neun. Ach. Ja. Naja, vielleicht bei der nächsten Runde. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hier gibt's aber wieder neue Hühnchen. Und Phosphor-Slime. Noch ein Phosphor-Slime. Aber noch ein Phosphor-Slime. So, das ist nur so ein Felsplot. Und sonst auch wieder keine Hühnchen. Doch da noch. Nein, keine Hühnchen. So, dann vielleicht reicht das ja jetzt mal endlich. Nein, reicht natürlich nicht. Warum sollte es auch reichen? Okay, dann muss ich wohl da übel zurück. Also, das geht doch mal. btbi,icke,leine, oder? Okay, okay, danke. Hm, minutes ganz kurzen. Also, sagst du ein Video. Das war mal eine eigene K brillrolle Hermann onto als Patoninlle. und zurücklaufen laufen 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 auch schon wieder ich wüsste gerne was das mit diesen ornamenten ist aber keine ahnung noch zu viel kein platz inventar und ernten auch abgeerntet vollfüllen die spielen immer noch fleißig damit das ist auch keiner so dann hier habe ich gesehen ist auch schon fertig so jetzt sind hier wenigstens ein paar wieder drin ne das habe ich ja gerade eben erst rausgenommen sind also keine plots mehr drin ok und wieder geld ein goldes ornament ok ich habe keine ahnung was das bringen soll ich stehe draußen irgendwo was nicht dass ich aus versehen irgendwo wieder was ins falsche gehege packt johu ok Es ist Nacht. Und ich kann schlafen. Und der nächste Morgen ist da, ist auch schon fast wieder reif, fast noch nicht, aber die Folge ist schon wieder vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal.